Herzlich willkommen, mein Name ist Max und heute soll es mal um etwas ganz anderes gehen, denn ich möchte diese kleine Plattform, die ich dank euch ja hier habe, mal nutzen, um über ein gesellschaftliches Problem zu sprechen, was mir, als ich das gelesen habe, echt ein bisschen zu schaffen gemacht habe, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist auf jeden Fall der falsche Weg. Und zwar habe ich gelesen, dass die deutsche Bundesregierung plant, über eine Milliarde weniger in die Bildung zu investieren. Und hier muss ich wirklich sagen, dass ich das für den absolut falschen Weg halte, dass ich sogar glaube, dass man in Zeiten wie diesen mehr in Bildung investieren muss, dass es keine Option ist, dass man nicht gleich viel investieren kann oder weniger, sondern dass man sogar mehr investieren muss, dass das der einzig wirkliche Weg ist. Warum spreche ich überhaupt darüber? Manche, die den Kanal schon länger verfolgen, wissen, dass mich das auch ein bisschen selber betrifft, denn ich bin auch Lehramtsstudent, aber deshalb glaube ich, habe ich auch einen ganz guten Einblick in unser Bildungssystem und kann mir, glaube ich, auch eine ganz gute Meinung dazu bilden, warum Bildung eben so wichtig ist. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Und ich möchte das Ganze mal so aufziehen, dass ich zunächst die Seite der Bundesregierung betrachte und dann ein bisschen über unser Bildungssystem spreche. Und wenn wir uns das Ganze jetzt aus der Seite der Bundesregierung angucken, dann handelt die Bundesregierung ja so aus rational ökonomischer Sicht. Also die Bundesregierung sagt, okay, wir kommen aus Zeiten von multiplen Krisen. Man spricht in Europa ja auch von einer Polykrise, weil so viele Krisen aufeinanderfolgen und das quasi alles zu einer großen Krise verschmilzt. Und Deutschland hat natürlich im Rahmen dieser Polykrise sehr, sehr viel Geld ausgegeben. Und deshalb sagen jetzt viele Politiker, okay, wir müssen sparen. Ja, das ist jetzt so die ökonomische Sicht. Aber wenn wir uns jetzt Bildung angucken, dann ist Bildung ein riesiger Hebel, um eben genau das, also um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Und da gibt es sehr, sehr viele Studien zu, wie zum Beispiel von der Bundeszentrale für politische Bildung, die gesagt hat, dass Bildung sogar das Allerallerwichtigste ist, um nicht nur den Wohlstand des Einzelnen, sondern auch einer Gesellschaft zu stärken. Das heißt, die Bundesregierung investiert weniger in Bildung, um Geld zu sparen, aber sie wird am Ende mit deutlich weniger Geld aus der ganzen Sache rauskommen, denn für eine Gesellschaft, für ein Land gibt es nichts, was rentabler ist, als in die Bildung zu investieren. Und das ist ja auch völlig logisch. Weil wenn man Bürger hat, die gebildeter sind, dann können die bessere Berufe ergreifen, zahlen wieder mehr Steuern, die treffen bessere Entscheidungen, die weniger Kosten verursachen. Das heißt, auf gesamtgesellschaftlicher Ebene rentiert sich das enorm, in Bildung zu investieren. Und deshalb macht es absolut keinen Sinn, wenn die Bundesregierung jetzt aus ökonomischer Sicht sagt, wir wollen weniger investieren. Das ist ähnlich, wie wenn ein Autobauer sagen würde, okay, wir müssen Geld sparen, dann bauen wir jetzt weniger Autos. Der würde dann zwar Produktionskosten sparen im ersten Moment, aber das macht ja überhaupt keinen Sinn, weil dann verkauft er ja auch weniger Autos und erzielt weniger Gewinn. Und ähnlich verhält es sich eben mit Bildung und einer Gesellschaft oder eben einem Land. Also aus rein ökonomischer Sicht macht das schon mal keinen Sinn. Und allein deshalb verstehe ich schon nicht, warum Deutschland jetzt gesagt hat, okay, wir investieren über eine Milliarde weniger in die Bildung, denn der Hauptgrund, Geld zu sparen, der ergibt sich mir einfach nicht. Und dann kommen wir zum zweiten Punkt und das ist unser Bildungssystem in Deutschland. Und ich möchte jetzt hier gar nicht über unser Bildungssystem ablästern. Ich meine, Deutschland hat, sage ich mal, in der Welt eine ganz gute Position. Deutschland ist ein recht wohlhabendes Land. Wir haben viele große Denker hervorgebracht. Deshalb kann unser Bildungssystem jetzt nicht alles falsch machen. Und ich möchte jetzt, wie gesagt, auch nicht zu schlecht reden. Aber Fakt ist auch, dass unser Bildungssystem noch sehr, sehr viel Optimierungspotenzial dennoch hat und dass wir gerade in eine kleine Krise schlittern. Und ich möchte das mal darstellen, indem ich so, sage ich mal, die drei Ebenen des Bildungssystems beleuchte. Ich fange ganz unten an, nämlich im Kindergarten und in der Kita. Und hier geht es schon los, dass immer weniger Betreuung möglich ist, weil hier einfach auch an allen Ecken und Enden Personal fehlt. Also die Kleinsten der Kleinen, die können nicht betreut werden. Und das hat natürlich für das Kind an sich sehr viele Nachteile, weil es eben auch für die frühkindliche Entwicklung wichtig ist, mit anderen Kindern zusammenzuspielen. Und da gibt es sehr, sehr viele Argumente. Aber auch hier können wir uns auch wieder die ökonomische Sicht der Dinge angucken. Denn sehr viele Eltern wollen zum Beispiel arbeiten gehen, was wieder mehr Steuern bedeuten würde, können das aber nicht, weil sie eben sich um ihre Kinder kümmern müssen. Also im Kindergarten fängt das System schon an, Probleme aufzuweisen. Dann gehen wir zur nächsten Ebene und das ist die Schule. Und hier ist auch schon bekannt, okay, in ganz Deutschland herrscht Lehrermangel. Es fehlt an allen Ecken und Enden. Und wenn jetzt weniger Geld in die Schule gesteckt wird, dann hat das auch weitere fatale Folgen. Denn zum Beispiel der Lehrermangel wird natürlich dadurch noch verstärkt werden. Fakt ist aber auch, dass selbst an Schulen, die quasi gut versorgt sind mit Lehrern, da ist trotzdem das ganze System auf Kante genäht. Das heißt, wenn da Leute krank werden, dann fällt der Unterricht aus. Oder generell kann man eben auch sagen, wenn zu wenig Lehrkräfte da sind, sind die Klassen ja auch dementsprechend größer. Und größere Klassen bedeuten auch wieder weniger Individualförderung. Das heißt, wenn ich als Lehrkraft eine Klasse mit 30 Leuten habe, dann muss ich ja schauen, dass ich das allen irgendwie recht mache. Ja, aber dann ist das Resultat, dass die Stärksten nicht gefördert werden und die Schwächeren nicht mitkommen. Das heißt, da bleiben schon wieder Leute auf der Strecke. Und das kann ich sehr einfach beheben, indem ich einfach mehr Geld ins System stecke, mehr Leute einstelle. Dann fällt weniger Unterricht aus. Da muss ich nicht drüber sprechen, weil mehr Unterricht bedeutet mehr Lernzeit. Und man kann kleinere Klassen eben anschaffen, was dazu führt, dass die Individualförderung wieder besser ist. Und da gibt es noch ganz viele andere Punkte, wie zum Beispiel Digitalisierung. Da ist Deutschland mittlerweile, ja, glaube ich, schon aufgewacht. Da wird was gemacht. Aber wenn jetzt wieder so viel weniger Geld in die Bildung fließt, dann wird dieser Prozess natürlich auch wieder verlangsamt. So, ich könnte jetzt das ganze Video oder ich könnte jetzt zehn Stunden damit füllen und nur über die Schule sprechen. Das möchte ich aber nicht, sondern ich möchte das Ganze ja so ein bisschen kurz halten, so einen Überblick verschaffen. Denn jetzt gehe ich zur nächsten Ebene und das sind die Universitäten. Und hier muss ich auch mal sagen, was natürlich toll ist in Deutschland, was absolut vorbildlich ist, was hoffentlich auch immer so bleiben wird, ist, dass wir hier ja fast umsonst studieren können. Also wir müssen die Studiengebühren zahlen, aber ansonsten ist Studieren in Deutschland kostenlos und das ist eine super Sache und ermöglicht super vielen Leuten den Zugang zu gehobener Bildung und bietet eben auch Chancengleichheit. Ja, weil in anderen Ländern, wie zum Beispiel Amerika, Kanada, Australien, da kostet es wahnsinnig viel Geld zu studieren. Da muss man sich das gut überlegen, ob man sich entweder verschuldet oder es können eben nur die Leute studieren, die sowieso schon reiche Eltern haben. Und das haben wir in Deutschland nicht und das ist eine super Sache und das möchte ich auch mal festhalten. Wenn ich über die Uni spreche, dann möchte ich auch gar nicht so sehr aus Studenten sich das Ganze beurteilen, sondern möchte einmal mir mehr die andere Seite angucken, nämlich die Forschung und die Lehre. Ich habe sehr viele Freunde, die promovieren und die erzählen mir eigentlich fast alle das Gleiche, nämlich, dass sie super gerne forschen und mit Leidenschaft, dass sie das super gerne weitermachen würden auch. Aber es ist extrem schwer für einen Postdoc, also wenn du einmal promoviert bist, dann an der Uni zu bleiben, weil du hast dann überhaupt keine Jobsicherheit, du wirst total schlecht bezahlt auf die Stunde, du musst womöglich umziehen in eine andere Stadt oder vielleicht sogar in ein anderes Land. Und viele meiner Freunde, die total kompetent sind, die gerne in der Forschung bleiben würden, weil es deren Leidenschaft ist, die sagen, nee, das kann ich nicht machen, weil das sind einfach zu viele Einschnitte in meinem Leben. Und dann gehen kompetente Leute eben in die Wirtschaft oder verlassen sogar das Land. Und wenn wir hier auch wieder ein bisschen mehr Geld in Forschung und Lehre stecken könnten, dann könnten wir diese guten Leute in der Forschung halten. Deutschland würde davon profitieren und diese besseren Leute würden ja auch dann wieder an der Universität das wissen, was sie sich angeeignet haben, Lehren an die Studenten weitergeben. Und hier hätten wir dann auch wieder eine Verbesserung des Bildungssystems, einfach indem wir mehr Leuten erlauben, an der Uni zu arbeiten und in diesem System zu bleiben. So, und ich möchte diese Analyse jetzt auch schon abschließen. Ich habe das Ganze relativ rational gehalten. Ich hätte jetzt auch ein philosophisches Essay darüber halten können, warum Bildung eines unserer wichtigsten oder sogar das Wichtigste gut ist. Denn Bildung ist einfach extrem wichtig, auch für jedes Individuum, also für jeden einzelnen Menschen an sich, weil es eben die Mündigkeit fördert und viele andere Dinge. Aber wie gesagt, das würde jetzt den Rahmen dieses Videos sprengen. Ich wollte das Ganze mal einfach aus rationaler Sicht aufarbeiten, denn es sind ja auch rationale Gründe, weshalb die Bundesregierung sagt, okay, wir müssen jetzt weniger Geld in Bildung investieren, was für mich absolut keinen Sinn macht. Ich glaube sogar, dass in Zeiten von Krisen, von multiplen Krisen, in Zeiten der Polykrise, dass man da mehr Geld in Bildung investieren muss. Und das war es auch wieder mit dem heutigen Video. Das wollte ich einfach mal gesagt haben, war wie gesagt ein bisschen anderes Thema mal. Aber das lag mir jetzt einfach auf der Seele, da mal meinen Senf dazuzugeben. Schreib mir gerne in die Kommentare, wie du das Ganze siehst. Wir können darüber diskutieren. Kannst das Video auch gerne mit Leuten teilen, die ähnlicher Meinung sind oder die ganz anderer Meinung sind. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. und dann sehen wir uns im nächsten Video. Untertitelung des ZDF, 2020